Ich freue mich sehr, dass heute der Präsident des HSV, Marcel Janssen, zu Gast ist, der Präsident des e.V. Marcel, vielen Dank. Man denkt ja immer, dass es beim HSV nicht schlimmer kommen könnte. Es ist nochmal etwas schlimmer gekommen durch das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Nun ist Union Berlin tatsächlich in die 1. Liga auch aufgestiegen. Das heißt, es gibt, ich weiß gar nicht, wann es das jetzt gegeben hat, drei Mannschaften aus der 2. Liga, die in die 1. Liga aufgestiegen sind und der VfB Stuttgart, das ist auch keine gute Nachricht, kommt in die 2. Liga. Wie fühlt man sich dabei, wenn man das sieht, dass es drei Mannschaften geschafft haben, in die 1. Liga aufzusteigen und der HSV ist nicht dabei? Das ist aus Spreulicher sich nicht das Ziel, was wir vor der Saison ausgegeben haben. Wir haben, trotz dass man sechs, sieben Jahre um den Abschick gebettelt hat, der Wunsch wurde dann auch irgendwann mal erfüllt, mit einer riesigen Vergangenheit, mit riesigen Altlasten, mit riesigen Herausforderungen, das war auch okay, das war auch klar. Da gibt es dann natürlich nicht viele Menschen, die sich dann an den Rand trauen und dann trotzdem noch selbstbewusst sagen, unser Ziel ist der Aufstieg, trotz eines Transfers und ich glaube drei Ausleihen. Da glaube ich jetzt aus der Historie, da bleibe ich bei sehr besonders beim HSV. Ich glaube das Transfervolumen von 1,7 Millionen Euro, wann es das das letzte Mal gegeben hat, weiß ich nicht. Aber das ist egal, denn am Ende haben wir ja sportlich dieses Ziel nicht erreicht und das war aufgrund der Rückrunde auch, hat aufgezeigt, wie instabil das ganze Konstrukt noch ist und wie viel da auch noch vor uns liegt, im reinen Sportlichen. Und deshalb ist das erstmal eine Momentaufnahme, die sehr, sehr wehgetan hat, aber auch sehr, sehr ehrlich war. Denn ich weiß nicht, ob wir es verdient hätten aufzusteigen, bei dem Fußball in der Rückrunde. Und von daher geht es daran weiter, den Fokus zu behalten, schnell zu analysieren und dann eben den HSV dahin zu bekommen, wo er ursprünglich mal war, aber auch mit ganz anderen, hoffentlich dann auch stabilisierenden und besseren Voraussetzungen. Was ist denn da in der Rückrunde eigentlich passiert? Wir haben wenig Spielegrund. Das weiß ich, ja genau. Aber die Frage ist ja, warum? Warum? Im Hinterher ist man immer schlauer, aber am Ende, klar, war die Grundausrichtung, so ein bisschen die Vergangenheit zur Gegenwart und zur Zukunft zu machen. Also das, was man ja eigentlich schon, seit ich jetzt da bin, ja schon lange nicht mehr machen wollte, ist wieder passiert, dass man eben Spieler, ich sag mal den Inner Circle, die Führungsspieler, die man aus der Vergangenheit hat, zur Gegenwart und zur Zukunft machen wollte. Das muss man ehrlicherweise sagen, ist deutlich schief gegangen. Die Führungsspieler, die angetreten sind, um den Verein wieder in die erste Liga zu bringen und deshalb auch bleiben wollten, haben sportlich gesehen nicht abgeliefert, sogar gar nicht abgeliefert in der Rückrunde. Es waren eher die jungen Spieler, die ab und zu frischen Wind reingebracht haben und nicht nur im letzten Saisonspiel, wenn auch die zweite Halbzeit gegen Köln, da gab es Lichtblicke und man sieht auch, dass da was entstehen kann. Aber insgesamt war dann dieses ganze Konstrukt nicht stabil genug, um eine gute Rückrunde zu spielen. Wann war dir klar, das geht schief? Also wann war es klar? Ich kann zumindest sagen, ab wann war ich extrem nervös und habe zu mehreren Gesprächen gebeten, das war im März. Im März schon? Weil du da was gemerkt hast, irgendwas stimmt mit der Mannschaft nicht, irgendwas stimmt in der ganzen Struktur nicht? Was heißt, dass irgendwas nicht stimmt, das wissen wir schon länger. Sonst wären wir nicht in der zweiten Liga. Aber im März habe ich halt gemerkt, dass dann waren ungefähr so gute drei Monate der Rückrunde schon gelaufen. Dann hat es noch den Eindruck vom Kiel-Spiel gehabt und so eine Mannschaft verliert sich natürlich dann auch in der Leistung, wenn die Führungsspieler teilweise sogar zu den großen Schwachstellen auf dem Platz gehören. Dann verliert sich natürlich so eine Mannschaft und das konnte man schon absehen in vielen Spielen. Und das war eine große Gefahr, die ich gesehen habe, wo man dann auch nicht mehr rausgekommen ist. Plus natürlich der Sondersituation, dass dann viele Spieler ja auch am Ende der Saison eigentlich dann in eine ablösefreie Situation gekommen sind oder waren. Ja, da kam einiges zusammen. Das heißt, mit anderen Worten, einigen war es dann im Zweifel egal, was mit dem HSV wird, weil sie wussten, ich bin nächste Saison sowieso nicht mehr dabei. Ob es ihnen egal wird, weiß ich nicht. Das sind doch alles Menschen. Wir wissen, was mich so ein bisschen stört, ist, als wir abgestiegen sind, lagen wir uns alle in den Armen und als wir ein hochgestecktes Ziel, den Aufstieg, nicht erreicht haben, ist gefühlt jetzt alles schlimmer, als hätte es nicht schlimmer kommen können. Das sehe ich ein bisschen anders. Vor allem, wenn man sich mal auf die Fakten beruht. Nichtsdestotrotz war es ein harter Schlag, dieses Ziel nicht zu erreichen. Damit kann man nicht zufrieden sein. Eben die angesprochenen Spieler, die in der ganzen Rückrunde nicht funktioniert haben, das sind auch nur Menschen, die sich das wahrscheinlich auch einfacher vorgestellt haben, diesen Rucksack zu tragen. Vielleicht auch gemerkt haben, wenn dann so ein Vertrag mal vielleicht ausläuft oder du merkst so, okay, was kommt eigentlich im Sommer auf mich zu, das beschäftigt dich unterbewusst. Und dann, wo komme ich überhaupt nochmal unter? Kriege ich überhaupt einen Verein? Viele, die vom HSV weggegangen sind und dachten, das geht alles immer so weiter. Das hat man bei Dennis Diekmeyer gesehen, wie schwierig dann auch so eine Phase sein kann. Und Dennis Diekmeyer hat mit seinem Charakter unglaublich gezeigt, wie beim HSV, als er als Spieler war, dass er dann über Sandhausen so eine gute Saison gespielt hat und sich wieder zurück ins Rampenlicht gekämpft hat. Aber so eine einfache Situation als Sportler ist das nicht. Wenn du ablösefrei bist und deine Ziele mit deiner Mannschaft auch komplett verfehlt hast, einmal abgestiegen bist und dann nicht wieder aufgestiegen bist, das sind natürlich Dinge, die beschäftigen dich unterbewusst. Wie geht es mit mir weiter? Wo werde ich im neuen Jahr spielen? Und das sind alles natürlich dann Faktoren, die so eine Mannschaft, ja, oder viel Unruhe in so eine Mannschaft bringen können, ohne dass das einer extra macht. Also das sind alles prinzipiell gute Jungs. Und da hat auch versucht, jeder sich reinzuhauen. Aber dann ist das Selbstvertrauen noch irgendwann, was du in der Hinrunde noch hattest, wo du Spiele einfach mit dem Quäntchen knapp gewonnen hast, hast du dann da gar nicht mehr gewonnen. Ich musste in der Rückrunde an euren Neujahrsempfang denken. An dem Hannes Wolf etwas gesagt hat, was ich damals gar nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich es aber. Hannes Wolf hat nämlich gesagt, man müsste sehr vorsichtig sein vor der Rückrunde, es sei kein Selbstläufer. Und wir beide saßen mit ihm an einem Tisch und er sagte dann an einem Tisch, ja, wir können jedes Spiel 2 zu 1 gewinnen, wir können aber auch jedes Spiel 1 zu 2 verlieren. Das heißt, der hat die Situation eigentlich sehr realistisch eingeschätzt. Ja klar, er wusste, was er für eine Mannschaft da vor sich hat. Er hat die Hinrunde dann auch für sich zumindest gut analysiert. Und genau das ist dann auch eingetroffen. Klar, man muss immer auffassen, dass man Dinge nicht so herbeibeschwört. Dann passieren sie auch meistens. Aber das war schon von der Einschätzung her, die ähnliche Einschätzung, die wir intern auch haben, dass wir gesagt haben, die Hinrunde war jetzt ergebnistechnisch, platzierungstechnisch sehr, sehr erfolgreich und absolut in Ordnung. Aber dass sich da jetzt viele Spiele herauskristallisiert haben, wo der HSV hochverdient mal ein Spiel 2-3-0 gewonnen hat. Das gab es jetzt so gut wie fast gar nicht. Also vielleicht Pauli und vielleicht in Aue, ich glaube, es waren 3-1, wo man da nochmal einen draufgesetzt hat. Wo man sagt, das war ein kleines Ausrufezeichen. Aber ansonsten haben wir das auch nicht gesehen in der Saison. Ich war von Hannes Wolff total angetan, als ich ihn mal kennengelernt habe beim Neujahrsempfang. Thomas Tuchel lobt ihn, Jürgen Klopp lobt ihn. Auch im Umfeld des HSV galt er so als der Mann für die Zukunft. Jetzt ist er weg. Was ist da passiert? Ja, das ist Fußball. Das ist das Tagesgeschäft. Was ist passiert? Da ist vieles passiert. Die Analysen, die wir getroffen haben, haben zu dem Entschluss geführt. Aber es ist nicht nur Hannes Wolff. Es ist auch keine einfache Situation, wenn so ein Verein wie der HSV zum ersten Mal in seiner Historie absteigt. Ist das eine ganz, ganz neue Situation, eine ungewohnte Situation. Und ich fand es auch absolut nachvollziehbar, den Trainerwechsel dann eben von Titz zu Hannes Wolff. Du hast Hannes Wolff in Stuttgart, der hat mit jungen Spielern dort gearbeitet, ist mit Stuttgart aufgestiegen, hat Bundesliga-Erfahrung gehabt, hat meiner Meinung nach auch eine gute inhaltliche Auffassung von Fußball. Das hat auch gepasst. Aber am Ende muss man auch sagen, die sportliche Verantwortung, nicht nur beim Trainer, sondern insgesamt, wenn du eine Krise, die eigentlich schon mit Kiel anfängt, die ja erkennbar war und abzulesen war, da wurden dann aber halt auch kein, in einem Krisenmanagement zeigt sich eigentlich auch dann eine ganz, ganz große Qualität. Denn jeder Verein wird auch in der Bundesliga, selbst Bayern München und andere kriegen Krisen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Wie analysiert man? Wie reflektiert man diese Krisen? Und welche Lösungen findet man dafür? Und da müssen wir leider sagen, dass wir bis zum Schluss eigentlich für nichts, eine Mannschaft, die in der Hinrunde noch einen guten Punkteschnitt hatte, hatte man in der Rückrunde insgesamt sportlich keine Antworten auf eine naheliegende Krise, die da war und das ist natürlich etwas, was uns große, große Sorgen gemacht hat. Nicht, dass es mal nicht läuft oder dass man vielleicht am Ende ein Ziel nicht erreicht, sondern dass man über einen Zeitraum, eigentlich Januar bis einschließlich zum letzten Spiel, also dem mal ausgeklammert noch, da ging es dann um nichts mehr, dann überhaupt keine Lösung gefunden hat. Euer Eindruck war so ein bisschen, das ist ein Trainer, der kann offenbar mit einer Krise nicht umgehen? Das weiß ich nicht, ob er es nicht kann, aber es war faktisch so, dass wir alle zusammen, vor allen Dingen die im Operativen Verantwortlichen, auf die Herausforderungen der Rückrunde der zweiten Liga, Schrägstrich Heimspiele gegen Mannschaften, die unten drin stehen, oder allgemein, ich glaube, wir sind 17. der Rückrundentabelle gelesen. Da kann ich auch, wenn der Kader natürlich nicht so war, wie wir uns den vorgestellt haben, von den Rahmenbedingungen, die ich eben schon mal erwähnte, mal abgesehen, muss da mehr drin sein. Da muss mehr drin sein und das muss auch der Anspruch sein, den man dann hat und das haben wir ja aus vielen Gründen nicht hinbekommen. Hannes Wolf ist auch noch ein sehr, sehr junger Trainer. Ich finde ihn auch inhaltlich richtig gut und ich glaube auch, dass er da seinen Weg noch gehen wird und diese Erfahrung auch goldwert sein können. Wer es besser vergleicht hat, ist er selber, als er mit dem VfB Stuttgart damals eben auch seine erste Krise in der Bundesliga gekommen ist, wie das für ihn persönlich da angefühlt hat, ob man da Lösungen für die Krise gefunden hat und wie es dann beim HSO war. Das ist aber jetzt schon Vergangenheit und wir wollen eigentlich viel mehr in der Gegenwart und auch in die Zukunft jetzt schauen. Kommt ja hinzu, dass die Krise nur deshalb auch so lange dauerte, weil alle anderen Vereine auch so schlecht gespielt haben. Also vielleicht, wenn jetzt am Ende mal mit 70 Punkten nicht aufgestiegen wäre, wäre die Situation wahrscheinlich eine andere gewesen als jetzt, wo am Ende ein einziger Sieg gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, gegen wen auch immer gereicht hätte, oder? Ja, es füttert die Emotionalität extrem. Es war auch keine besonders starke zweite Ligasaison, oder? Es war jetzt eine der schwächeren zweite Ligasaisons in den vergangenen Jahren. Ja, es haben sich viele Mannschaften gegeneinander neutralisiert. Also es hat halt jeder Mann gegen jeden gewonnen. Kann man sagen, war das gut, war das schlecht. Man sieht halt im Fußball, auch wie das Mannschaft im DFB-Pokal so war. Das haben auch viele vergessen. Da wollten auch viele ins Halbfinale kommen. Der HSV hat es geschafft. Aber wie eng das manchmal beieinander liegt. Dass man sagt, sieht man jetzt dann bei Union und VfB Stuttgart, wo man denkt, die haben doch jetzt in der Bundesliga am Schluss sich richtig gefangen, richtig gute Spiele gemacht, auf gutem Bundesliga-Niveau wieder gespielt. Und spielen dann zu Hause 2-2 gegen Union und in Union 0-0. Dann sieht man, was Nerven eigentlich ausmachen, was Druck ausmacht und was kleine einzelne Bausteine in so einem Gesamtkonstrukt auch bei anderen Vereinen eben mit sich machen. Und da war es schon so, dass die zweite Liga in der Rückrunde total ausgeglichen war, dass der Tabellenletzte ohne Probleme gegen den Tabellenzweiten, Dritten, Vierten, Fünften gewinnen konnte und man eigentlich überhaupt nicht mehr wusste, wer kommt denn eigentlich am Ende noch oben rein. So richtig konstant war ja nicht mal Köln, die mit Abstand den stärksten Kader hatten. Und das ist der Fußball. Der Fußball, der verändert sich auch ein bisschen. Ich sage mal, so eine extreme Dominanz, die wird immer weniger. Also früher hatte man vielleicht so eine Dominanz so bei den ersten 1-6, 7 Mannschaften. Heute hast du vielleicht Bayern München, Borussia Dortmund und vielleicht jetzt in den nächsten Jahren Leipzig. Und dann streiten sich schon wieder ganz, ganz viele um die Plätze. Und in der zweiten Liga, glaube ich, ist es ähnlich. Da hast du auch nicht mehr nur noch immer die klaren Aufstiegsfavoriten, sondern auch die, die die zweite Liga annehmen, die sie kennen, die mit einer großen Vision, mit großem Herzblut antreten und deshalb auch mal über Verhältnisse performen können. Und das ist halt oft passiert in der Saison. Das heißt jetzt nicht viel Gutes für die nächste Saison. Wir haben dann mit Nürnberg, Hannover, dem HSV, Stuttgart vier Mannschaften, die gefühlte Erstliga-Klubs sind, die alle sicherlich wieder in den ersten Liga wollen. Dann haben wir so eine Mannschaft, von denen man überrascht war, wie Heidenheim, Holstein Kiel, St. Pauli. Das heißt, es sieht doch so aus, als ob es in der nächsten Saison für den HSV deutlich schwieriger wäre, um aufzusteigen als in dieser Saison, oder? Das wäre jetzt so eine Analyse, wenn man sieht, wie knapp wir eigentlich gescheitert sind und wie schlecht sich das anfühlt, so zu scheitern, wenn du siehst, wie viele Chancen du hattest, dann in diesem Jahr aufzusteigen. Ob der Aufstieg, alles andere, was sich über viele Jahre im Negativen etabliert hat und aufgebaut hat, dazu geführt hätte, dass der Verein gesündet wäre. Das ist eine andere Frage. Das ist auch wieder eine ganz andere Frage. Die können wir jetzt auch nicht beantworten. Ich wäre auch lieber aufgestiegen, um mich dann dieser Frage zu stellen. Aber die Gefahr ist dann doch groß, wenn du eine nur durchschnittliche Zweitligasaison spielst und dann vielleicht sogar dann noch aufsteigst mit Glück. Das ist eigentlich nicht der ehrliche Fußball, wo wir eigentlich mal wieder hinkommen wollen. Also ist es gar nicht, wenn man das jetzt mal ganz alle Emotionen rausnimmt, gar nicht so schlimm, aus dieser Position heraus doch nochmal eine Saison in der zweiten Liga zu spielen oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei? Das muss man sehen. Du musst am Ende, das ist im Leistungssport so, musst du überperformen. In der ersten Liga und in der zweiten Liga, um deine Ziele zu erreichen. Da sind auch die Traditionsfaltungen nicht befreit, Leistung zu bringen und Spieler zu finden, die den Ehrgeiz haben, in ihrer Karriere unbedingt noch was bewegen zu wollen. Das ist die große Herausforderung, die sich jetzt natürlich mit Abstieg ein bisschen anders darstellt, als viele der Menschen, die auch mal in dem Verein tätig waren, sich jetzt auch wieder fleißig überall äußern, die damit so beigetragen haben, dass der HSV in der letzten Saison nur 1,7 Millionen Transfervolumen hatte. Das vergessen die dann, um dann über Aufsichtsräte zu sprechen und über finanzielle Möglichkeiten. Da muss ich immer schmunzeln. Dann denkt man immer, die Leute waren nie selber im Verein. Haben auch ein gutes Stück dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Das ist dann auch wieder typisch HSV, aber davon lassen wir uns gar nicht ablenken. Und ich glaube, die Fans, die spüren auch, die haben auch gezeigt, dass sie merken, dass da nicht alles schlecht ist. Denn das, was wir auch an Zielen erreicht haben in den Gremien, ich glaube, es hat noch nie so viel in Anführungsstrichen Ruhe gegeben. Es sind Entscheidungen, die schon Wochen, teilweise monatelang bekannt waren, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der Aufsichtsrat, da gibt es keine Grabenkämpfe. Mit dem Beirat, mit dem Präsidium, mit der AG, mit dem Vorstand, den Supporters und auch der Fanszene sind wir im ständigen Austausch, stellen uns auch in unternehmen Situationen, um einfach zu zeigen, dass wir das auch ein bisschen erwartet haben, wenn du absteigst. Und da geht es gegen jetzt anzugehen und auf die Frage zu kommen, will ich nicht sagen, weil wir es jetzt nicht geschafft haben, natürlich ist es doch besser aufzusteigen, verdient aufzusteigen. Natürlich. Mit einem Gefühl, wo man sagt, ey, da war viel Gutes dabei, dann habe ich auch eine Fantasie, wie ich dann in der ersten Liga bestehen will. Oder auch dann den nächsten Schritt, den Verein weiterzuentwickeln. Und ich sage mal, wir haben die Voraussetzungen geschaffen, was nicht selbstverständlich war, aufgrund auch der Vergangenheit, dass wir uns in diesem nächsten Jahr jetzt nicht groß Gedanken machen und unsere Lizenz machen müssen und deshalb auch uns auf den Sport fokussieren können. Und ich glaube, die Voraussetzungen zur neuen Saison sind deutlich besser als die der letzten Saison. Also, wenn man, glaube ich, dann das, was wir... Die Voraussetzungen sind besser, obwohl man jetzt ja gerade einen neuen Sportvorstand hat, noch keinen Trainer hat, noch keine richtigen, also Teile der Mannschaft hat, aber die Mannschaft sicherlich noch nicht komplett ist. Man aber weiß, in ein paar Wochen geht es schon wieder los. Ja, ja. Also ideale Vorbereitungen sieht ja jetzt anders aus. Weiß ich nicht. Wir haben einen Sportvorstand relativ schnell gefunden. Ich glaube, mit der Trainerfrage wird es nicht mehr so lange dauern. Und dann ist der Verein absolut handlungsfähig. Es wurden schon Entscheidungen getroffen für die neue Saison. Dass das Transferfenster bis Ende August geht, ist ganz normal, dass du nicht bei dem knappen Zeitfenster der Zweitliga-Planung... Also da tut man ja immer so, ich weiß nicht, ob die anderen Vereine, glaube ich, die haben ähnliche Probleme, wenn nicht sogar größere, nämlich die, die gerade abgestiegen sind. Wir wissen ja jetzt schon, wie es ist, abzusteigen und dann eben so eine Zweitliga-Saison zu spielen. Also von daher muss auch einfach... Es stört mich, es ist typisch HSV, es ist typisch auch Wahrnehmung, auch Wahrnehmung der Medien, auch Wahrnehmung, auch alleine die Fragestellungen. Es ist mir am Ende wirklich egal, wer absteigt. Wir müssen gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen und wir uns aus einer ganz, ganz schwierigen, auch wirtschaftlichen Situation teilweise befreien konnten. wahrscheinlich die Chance jetzt haben, in diesem Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro auszugeben. Das haben wir nur, weil wir auch ein paar Sachen richtig gemacht haben. Auch wenn da die eine oder andere Personalie dabei ist, wo wir aus Überzeugung gesagt haben, da müssen wir was machen, da müssen wir reagieren, denn auch die Leute erwarten, dass wir Dinge reflektieren, analysieren und nochmal, aber da sind wir als Aufsichtsrat nur unter Unterstützung, geben Rat und geben Aufsicht und versuchen einfach, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass man eben in der neuen Saison zum ersten Mal vielleicht auch eine Chance hat, mit einem etwas anderen Spirit in die Saison zu starten, da du dich vom Großteil der Vergangenheit auch getrennt hast einfach und auch so eine Neuausrichtung einfach geben kannst. Also ganz einfach mal in Fußballsprache gesagt, ist es glaube ich was anderes, wenn vielleicht ein Hinterseher beim HSV aufläuft, der sagt, einer der Top-Stürmer der zweiten Liga, boah geil, ich bin dankbar, ich spiele hier beim HSV und kann vielleicht nochmal was Großes erreichen, ich kann hier vielleicht mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen, ist ein ganz anderer Spirit als Spieler, die in einem Gehaltsniveau waren seit Jahren, wo die Spieler gar nichts für können, das muss ich bewusst dazu sagen, aber die in einem Heilsgefüge waren, wo teilweise Spieler vom Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Hoffenheim nicht sind und die spielen irgendwo im UEFA Cup oder in der Champions League. Also da muss man einfach sagen, dass das da alles dann noch nicht so gesund in einem Kreislauf ist, wie es eigentlich sein sollte, das ist so und darauf achten wir und ich glaube, darauf haben wir in den 11 Monaten besonders geachtet, dass die Ausgaben nicht höher sind als das, was wir einnehmen. Wie kann man verhindern, dass es dem Hinterseher so geht wie ganz, ganz vielen Spielern und auch Trainern, die kommen von anderen Vereinen, waren da top und sind beim HSV und bringen ihre Leistung nicht mehr? Wer kam denn von anderen Vereinen und war top? Da kann man jetzt ja irgendwie Holpi, nicht? Kein guter Spieler? Weiß ich nicht, ich frage ja, du weißt ja vielleicht, ob die Top waren in anderen Vereinen und dann zum HSV gekommen sind, das kann ja sein. Nehmen wir umgekehrt, Gregoritsch. Gregoritsch beim HSV nichts gebracht, kaum gewechselt, ich weiß nicht, waren es 10 oder 11 Tore, so, super. Ich glaube, Kostic bei Frankfurt eine deutlich bessere Saison gespielt als beim HSV, die Frankfurter war halt nie. Und auch besser als bei Stuttgart, ne? Ja, okay, aber es gibt ja, nehmen wir Trainer, nehmen wir die Trainer, ich meine, Hannes Wolf galt als ein guter Trainer, bevor er zum HSV kam und hat es beim HSV aber offensichtlich nicht beweisen können, mit Stuttgart ist er aufgestiegen. Oder ist das nur so eine Wahrnehmung, die die Medien haben, dass, äh... Na, ja, du kannst ja für alles vorbeichern, du kannst einen Jatta nehmen, du kannst einen Van Dronglen nehmen, die sich alle weiterentwickelt haben, einen Santos, der zudem, dass er natürlich technische Qualitäten hat und im Spiel nach vorne überragend ist, auch noch im Zweikampfverhalten und in der Taktik sich weiterentwickelt hat. Also, ich habe in den letzten 11 Monaten tatsächlich Spieler gesehen zum ersten Mal, die sich auch entwickelt haben, im Gegensatz zu sechs, sieben, acht Jahren davor. Die, die sich nicht entwickelt haben oder nicht das gemacht haben, wofür sie angetreten sind, das haben wir schon am Anfang des Gesprächs festgestellt, das ist, glaube ich, der Hauptgrund der Problematik in der gesamten Rückrunde auch. Und da gilt es jetzt vorzubauen, in den nächsten Wochen, dass wir einen Kern haben, einen Führungskern innerhalb einer Mannschaft auch haben, mit hoffentlich auch einem erfahrenen Trainer, wo du einfach dann auch in schwierigen Situationen, die auch in der neuen Saison kommen werden, Lösungen findest auf dem Platz und auch neben dem Platz, um wieder, ich sag mal, in die Erfolgsspur zu kommen. Das war das Kernproblem. Das Kernproblem war, dass es in der Mannschaft keinen Führungskern gab, richtig? Ja. Mindestens, nee, viel überraschender als die Trennung von Hannes Wolf war dann die Trennung vom Sportverstand Ralf Becker. Wann ist der Aufsichtsrat zu der Erkenntnis gekommen, dass es auch mit Ralf Becker nicht weitergehen kann? Wir haben ja gesagt, dass wir uns nach der Saison alle gemeinsam zusammensetzen, die Situation analysieren, auch über die nahe Zukunft eben sprechen, die ja dann auch sehr, sehr wichtig ist und sind dann einheitlich zu dieser Entscheidung gekommen und haben uns dann für Jonas Bolt entschieden. Aber es muss ja sehr kurzfristig gewesen sein, weil sonst hätte man ja Ralf Becker nicht noch in die Verhandlungen mit dem neuen Trainer gehen lassen. Ich weiß nicht, warum man unbedingt überhaupt irgendwas ändern muss, denn ich finde auch Ralf Becker, der hat in vielen Dingen auch einen guten Job gemacht, warum man überhaupt, wenn man sich gefühlt denkt, nicht zu verbessern, warum man dann überhaupt reagieren sollte und warum sollte man dann nicht sich das erstmal gut überlegen. Also ich finde das schon legitim, dass man sich dann eine Entscheidung trifft, wenn man der Auffassung ist, dass man den nächsten Schritt vielleicht gehen kann, um vielleicht sportlich auch die Ziele zu erreichen, die man sich vorstellt und deshalb war das keine Entscheidung jetzt nur gegen Ralf Becker, sondern vor allen Dingen für Jonas Bolt. Und das war... Weil sich das Fenster aufmachte, dass Jonas Bolt zum HSV kommen wollte? Erstmal gab es die Option, dass ich... Und das zeigt ja auch, was sehr positiv über den HSV ist. Es wird ja immer dann einmal alles... Gerade jetzt in den elf Monaten muss man alles das aushalten, was die Leute eigentlich schon seit acht Jahren stört. Das muss man auch aushalten, das ist auch kein Problem, aber am Ende befassen sich wieder Menschen mit dem HSV, sowohl Trainer als auch andere Verantwortliche im Sportbereich, vielleicht sogar auch Spieler, wo man gar nicht mit rechnet, dass sie sich mit dem HSV noch fassen würden und das ist ja erstmal sehr positiv. Das glaube ich würde ein Jonas Bolt oder auch vielleicht der ein oder andere Trainer oder Spieler nicht tun, wenn er das Gefühl hat, in Hamburg, da geht es drunter und drüber und die wissen, das was sie da machen, das fühlt sich alles nicht gut an. Genau, also auf den ersten Blick hat ja Jonas Bolt wirklich so eine komfortable Zone verlassen. Da war glaube ich fast 20 Jahre bei Bayer Leverkusen, ist ein Zögling von Rudi Völler gewesen, hätte da auch weiter bleiben können. Erste Liga, alles prima und hat sich jetzt ja zumindest auf dem Abenteuer im Vergleich zu Bayer Leverkusen eingelassen. Ja und war auch mit anderen Vereinen sehr konkret in Gesprächen, auch mit namhaften Vereinen in Gesprächen, hat sich aber für den HSV entschieden, hat das auch dargelegt, das hat uns überzeugt und deshalb haben wir diese Entscheidung einheitlich auch getroffen. Also es ist die Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung für Bolt und nicht gegen Becker. Nicht nur gegen Becker, nein, sondern es gibt ja auch etwas, man lernt sich natürlich auch, das ist halt so, also wir sind nicht mehr in der komfortablen Situation, also viele sehen das dann halt so ganz runtergebrochen, aber ich sag mal, wenn du als HSV absteigst, mit dem, mit dem, ja Rucksack wäre ja schon fast untertrieben, den du mit dir schleppst, dann gehst du ja nicht in eine neue Saison, vor allen Dingen das erste Mal in der zweiten Liga und sagst, ich kann mich jetzt auf dem Markt bedienen, wo ich will, sowohl spielertechnisch oder den, den, den Sportvorstand, den wir uns vorstellen und den, den Lieblingstrainer und zehn Lieblingsspieler, die wir jetzt kaufen können, die kommen ja eh alle zum HSV, die Zeiten sind halt schon lange, lange, lange vorbei. Es war am Ende so, dass auch ein Ralf Becker einen richtig guten Job in der Hinsicht an der Stelle gemacht hat, dass er über die Vergangenheit gar nicht geredet hat, am Ende konnte er ja im ersten Teil 1,7 Millionen Euro ausgeben und trotzdem haben wir unser Ziel oben gehalten, unbedingt aufsteigen zu wollen. Und klar, dann sag ich, ja, bei dem Kader, Budget und Volumen, ja, was soll man dazu sagen, es ist wie es ist, haben wir jetzt wenig zu beigetragen, dass das in dem Rahmen so hoch ist, aber trotzdem haben wir gesagt, wir wollen es packen, wir wollen die Vision haben, wir brauchen nicht in eine Saison gehen, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, wenn wir dieses Ziel nicht haben. Und da hat Ralf Becker sehr, sehr viel richtig und auch gut gemacht und am Ende war es aber eine Entscheidung für Jonas Bolt und für uns auch, für mich persönlich, nochmal, wir im Aufsichtsrat sind nicht mehr im operativen Tagesgeschäft, wir unterstützen das, klar, bei den Vorständen. Obwohl, da habt ihr jetzt mal richtig eingegriffen, also das ist ja sozusagen eure primäre Aufgabe, die Vorstände zu bestellen, das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, das war eine Entscheidung, wahrscheinlich ist Bernd Hoffmann, habt ihr mit dem darüber gesprochen, das ist ja klar, aber das war jetzt eure primäre Entscheidung. Wir haben sowieso, vielleicht im Gegensatz zu der Vergangenheit, mit allen Menschen immer gesprochen und auch direkt ins Gesicht und nicht irgendwie hinten rum. Ralf Becker ahnte das also auch, dass da Überlegungen waren? Wir haben gesagt, dass wir die Saison am Schluss gemeinsam analysieren und dann entwickelst du ja auch ein Gefühl oder ein Bauchgefühl, dass du immer Glück brauchst in diesem Geschäft. Das habe ich in den zwölf Jahren als aktiver Spieler auch gesehen. Da sind Sachen mal gelaufen, wo du eigentlich wusstest, nicht nur beim HSV, auch bei anderen Fahlen und denkst, das kann gar nicht funktionieren und es hat funktioniert. Das ist im Fußballgeschäft, da kommen so viele Komponenten zusammen. Aber ja, bei der Entscheidung jetzt für Jonas Bolt haben wir uns einfach die elf Monate, die waren ja für uns ja auch sehr, sehr aufschlussreich. Da haben wir ja überhaupt erst mal gesehen, was haben wir eigentlich alles für Herausforderungen, wie groß sind die eigentlich? Teile, wusstest du natürlich schon, aber teilweise kommen ja auch Dinge dann erst an die Oberfläche, wenn du mittendrin bist. Und wir sind, oder ich bin vor, jetzt mal unabhängig, klar als Ehrenamt der Präsidentenposition seit Ende Januar, aber auch vorher sind das jetzt ungefähr knapp über dem Jahr im Aufsichtsrat. Da fällt dir auch erst vieles aus, wo es überall brennt und wo wir überall eigentlich den nächsten Schritt irgendwie brauchen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und deshalb war es am Ende eine Entscheidung für Jonas Bolt, weil wir da auch das Gefühl haben, dass alle anderen Baustellen neben einer Kaderplanung und der hoffentliche Wiederaufstieg es noch viel, viel mehr zu tun gibt. und wo er auch in Leverkusen so wie Rudi Völler sich ja auch geäußert hat und auch andere Verantwortliche über Jonas Bolt hat er uns einfach ein sehr, sehr gutes Bild übermittelt und auch eine gute Vision übermittelt, an der er jetzt in den nächsten zwei Jahren richtig arbeiten wird. Was natürlich trotzdem bei denen, die von außen drauf gucken, bleibt, ist das Gefühl, ach, der HSV macht dieselben Fehler immer und immer wieder. Er tauscht alle sieben bis sieben Monate bis ein Jahr tauscht er Trainer und oder Sportvorstand auf. Muss das nicht tatsächlich auch irgendwann mal aufhören? Muss man nicht einfach mal irgendwann den handelnden Personen mindestens mal zwei Jahre, Herr Bolt hat es ja gesagt, ich bin froh, wenn ich hier zwei Jahre schaffe, also ich freue mich, Freunde, es soll ein Witz sein, aber da ist ja was Wahres dran, einfach mal eine Zeit geben, dass die Zeit haben, den HSV tatsächlich zu entwickeln? Das kann man immer diskutieren, aber wenn man jetzt irgendwie wahrscheinlich eine Abstimmung machen würde, aufgrund der sportlichen Analyse und der Inhalte, weiß ich nicht, wie viele Prozent dabei rauskommen, die sagen, wir geben uns und euch und dem Verein die Zeit. Das ist ein Wunschdenken im Fußball-Profi-Geschäft, was nicht nur für den HSV zählt, dass es bei uns auf die letzten Jahre, sechs, sieben, acht Jahre oder elf Jahre sogar, viel zu extrem ist und überhaupt nicht das Ziel sein kann und auch nicht der Anspruch sein kann. Das ist auch eine Frage. Das ist grundsätzlich, das ist klar. Schöner wäre es mal zwei, drei Jahre dieselbe Mannschaft, oder? Auch 30 Jahre mit den gleichen Menschen zu arbeiten, unabhängig von Spielern. Also das muss immer das Ziel und der Wunsch sein, sich miteinander zu entwickeln, einander positiv zu reiben, eben Lösungen zu finden, in Krisensituationen wieder in die Erfolgsspur zu kommen, den nächsten Step zu erreichen. Aber das ist ja nicht nur, man tut ja immer so, als ob nur HSV vor diesen Herausforderungen steht. Wenn ich das sehe bei anderen Vereinen, da gibt es genug, ich brauche auch da nicht jetzt von uns ablenken und deshalb bleiben wir auch beim HSV, aber da ist es ja sogar so, dass sie über einen Trainerwechsel nachdenken, obwohl sie vielleicht das Double geholt haben. Also von daher würde ich sagen, haben wir einfach auf Hand der inhaltlichen Analyse und die Kunst besteht immer darin, im Leistungssport, im Leistungserreichen, also immer das höchstmögliche Versuchen zu erreichen. Natürlich muss man immer realistisch sein, welche Rahmenbedingungen sind da, was kann man daraus machen. Und da ist unser Anspruch, oben mitzuspielen und aufsteigen zu wollen. Die Vision, nicht aufsteigen zu müssen, sondern aufsteigen zu wollen als Vision, das ist eine ganz andere Herausforderung. Aufsteigen zu müssen, könnte ich sagen, wenn ich einen Kader wie Köln habe, dann sage ich, wir müssen aufsteigen. Wenn ich sage, wir haben letztes Jahr einen Spieler von Greuther Fürth geholt und drei ausgeliehen, da weiß ich nicht, dass ich sage, ich muss aufsteigen. Also das ist das Ziel und da haben wir uns auch ausgesprochen, alles andere passt auch gar nicht zu meinem Naturell, dass wenn ich will, ich will Spiele gewinnen, fertig. Und diese Kultur, diese DNA, die müssen wir auch entwickeln, dass wir eben nicht weggucken, sondern auch gerade in schwierigen Situationen genau hingucken und auch gerade und konsequente Entscheidungen treffen und nicht lange rumeiern. Ob das dann die einen oder anderen verstehen, ob die dann irgendwie sich wieder zurückversetzt fühlen in Jahre, ist mir völlig egal, weil wir müssen uns mit der Ist-Situation auseinandersetzen, die ist die schwierigste der Vereinsgeschichte ab dem Tag des Abstiegs. Das ist eine Herkules-Aufgabe. Das sind so viele Themen, die da zusammenkommen und wenn du dann der Überzeugung bist, dass du Dinge ja auch inhaltlich, nochmal, Hannes Wolf, finde ich, hat dann nicht geklappt am Ende, wenn man die Rückrunde nimmt. Aber die Entscheidung war für mich nachvollziehbar, zu der kann man stehen, dass man das gemacht hat. Das hat nicht geklappt. Das heißt, dann kommt man zu einer Analyse und sagt, vielleicht brauchen wir in unserer Situation, in diesen jetzt elf, zwölf Monaten, wo wir dabei sind, sehen wir eigentlich, wie groß das Paket ist und wie komplex dieses Paket ist. Tut uns vielleicht auf der Trainerposition extrem Erfahrung gut. Ja, und aber anderen im Hintergrund auch jemand, der eine große Vision für den Gesamtverein hat und nicht nur an der einen oder anderen Stelle Stellschrauben zu fixieren, sondern eben das Gesamte im Blick zu haben. Aber natürlich geht es nur über das Sportliche und den sportlichen Erfolg und da muss man irgendwie so schnell es geht wieder hinkommen und das Ziel haben wir um einen Punkt in der letzten Saison verpasst. Das heißt aber auch, wenn ihr in zehn Monaten wieder das Gefühl haben solltet, es funktioniert nicht, würdet ihr wieder genauso handeln. Das geht im Sport gar nicht anders, im Leistungssport. Ich glaube, dass es allgemein gar nicht anders geht. Die Kunst liegt im Korrigieren, aber eigentlich das viel bessere wäre ja gewesen, das hat sich ja auch jeder Fan gewünscht. Jeder, der so wie wir mit dem Herzen dabei ist, dass man sagt, ja, das ist doch eine schwierige Zeit in der Rückrunde werden kann. Das ist normal, da sind wir drüber, aber dass man Lösungen findet und Lösungen müssen immer in den vorhandenen Möglichkeiten auch gefunden werden können und dann ist es zu einfach. Man kann dann halt nicht immer sagen, ja, wir haben die jüngste Mannschaft. Also wer glaubt das denn noch, wenn du... Gut, man muss zumindest irgendwann mal Ansätze, wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn ihr Ansätze für Lösungen gesehen hättet, aber ihr habt nicht mal Ansätze für Lösungen gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, ich habe gesagt, wenn die Führungsspieler, wie das sind auch nur Menschen, wenn die es schwierig haben, eine Mannschaft zu leiten, zu führen und vorneweg mit Leistung vor allen Dingen zu marschieren, dann musst du den Weg freimachen für andere Spieler. Dann musst du den Weg freimachen für die 19- und 20-Jährigen und dann kannst du wirklich sagen, ich spiele nur mit 19- und 20-Jährigen und da erwartet auch keiner, dass du jetzt jeden Gegner aus dem Stadion knallst, sondern erwartest, dass die Jungs wie im letzten Spiel oder wie auch in Köln sich reinhauen und wahrscheinlich eine bessere Punkteausbeute haben als mit dem unsicheren Konstrukt auf dem Platz und das hätte ich schon erwartet, dass man dann Ansätze innerhalb der Kaderstruktur oder auch Veränderung der Hierarchien eben findet und nicht von Januar bis Ende Mai dem zuguckt, dass man am Ende nämlich genau das passiert, was dann passiert ist, nicht aufzusteigen und das ist halt im Profifußball, im Leistungssport immer so, dass du schnell reagieren und korrigieren musst, Strömungen erkennen musst innerhalb einer Mannschaft, innerhalb einer, wie ist die Stimmung in der Kabine, ziehen alle mit, haben alle das gleiche Interesse, erreiche ich die Spieler im Kopf und im Herzen, wie gehe ich mit Problemfällen um, wie konsequent bin ich da, das sind alles Faktoren, die sind extrem wichtig, um erfolgreich zu sein und ohne diese Faktoren und ohne diesen Umgang mit einem Krisenmanagement und mit einer Führung wird es sehr, sehr schwierig und das ist sicherlich das, was wir alle in der Rückrunde vermisst haben. Hannes Wolf wirkte für mich die ganze Rückrunde immer total gelassen, da habe ich gedacht, meine Güte, der weiß genau, was er tut, wenn jemand so gelassen wirkt, strahlt das aus, ja klar, irgendwann zaubert er das raus und ein Spiel werden sie schon noch gewinnen, aber das war ein Irrtum. Das war dann faktisch gesehen und dann ist es dann eben nicht passiert und ja, es ist natürlich so, dass dann schon gefühlt viel probiert wurde, Spieler waren auf der Tribüne, dann waren sie wieder in der Startaufstellung, waren sie Kapitän, dann waren sie wieder nicht Kapitän, aber so richtig an, ich glaube an die, die Symptombekämpfung hat man versucht, aber halt nicht die Ursache versucht zu beheben und das ist immer die große Kunst und es ist nicht einfach, nochmal, ich war bei Borussia Mönchengladbach und am Ende ist im Winter oder nach der ersten, nach dem Start der Rückrunde ist Jupp Heynckes entlassen worden bei Borussia Mönchengladbach, der ein paar Jahre später einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte wurde. Das kann man nicht immer alles erklären. Kann man nicht immer alles erklären. Das wollen immer alle, Fast hätte ich jetzt noch die Frage gestellt, wenn ihr wusstet, dass ihr nach dem Ingolstadt-Spiel, wenn ihr wusstet, dass ihr euch von Wolf trennt, wieso habt ihr das nicht schon dann vor dem Paderborn-Spiel gemacht, aber es ist ja Quatsch, weil dann hätten wir alle über euch hergefallen und gesagt, typisch HSV. Oder hätte man am Ende dann doch diesen einen Impuls für den Paderborn-Spiel irgendeinen nehmen, versuchen alles auf eine Karte. Ich sage immer, Impulse zu setzen, nur um nach außen einen Impuls gesetzt zu haben, ist für mich Alibi und davon muss man wegkommen und Hannes Wolf ist ein guter Trainer und auch ein Ralf Becker hat auch vieles richtig gemacht, denn wenn man die Einnahmen und Ausgaben anguckt, glaube ich, so seriös war es glaube ich noch nie. Seid ja einen Schritt weiter. Seid ja einen Riesenschritt weiter und da haben auch beide zu beigetragen. Sportlich ist das andere, das muss man halt nüchtern analysieren und dann ein Gefühl entwickeln. Glauben wir, dass die Wahrscheinlichkeit weiter hoch bleibt im nächsten Jahr, auch unter einer veränderten Zweitligasaison, dass wir mit der Vision in den Gedanken dorthin kommen, da haben wir uns zum Thema Sportvorstand anders entschieden. aber das ist halt, warum soll ich dann ein Hannes Wolf dann, wo die Saison schon fast, also Ingolstadt war ja schon sehr fortgeschritten, kann man sagen, aber noch zwei Spiele. Und der Sportvorstand, das operative Tagesgeschäft, hat sich ja sehr, sehr früh festgelegt, nämlich direkt bei Verpflichtung des Trainers, wie es um seine Zukunft aussieht und da mischt sich ja jetzt nicht der Aufsichtsrat oder der Marcel Jansen in das Tagesgeschäft ein, der hat dann sicherlich in Absprache auch mit meinem Präsidium, mit dem Aufsichtsrat-Kollegen sich und auch in Absprache mit dem Vorstand dann zur sportlichen Situation geäußert und auch immer volle Unterstützung ausgesprochen, wenn man aber auch eben konsequent dann eben Dinge, die man erkannt hat, die auf der Hand lagen, dann auch versucht zu ändern und auch gradlinig zu ändern und das ist das, was meiner Meinung nach leider dann nicht funktioniert hat, denn man hat in der Hinrunde, glaube ich, noch ein Mannschaftsgefühl gehabt, was so funktioniert hat, dass man eben Spiele knapp gewonnen hat und jeder auch noch irgendwie, ich glaube auch von den Daten war es ja schon lange auch bekannt, dass der eine oder andere Spieler in der Hinrunde mehr gelaufen ist und nachher im Training und in den Spielen dann deutlich nachgelassen hat und das ist immer ein Zeichen, sowas kann man nicht akzeptieren und das ist aber leider so ein bisschen alles mit durchgelaufen. Welche Rolle hat Klaus-Michael Kühne bei der Besetzung des Sportvorstandes gespielt? Er hat ja unter anderem gesagt, dass er, ich gucke mal, wie es genau, er hat unter anderem gefordert, eine Formierung eines Vorstandes, der solche desolaten Zustände wie in der Rückrunde nicht zulässt. Das klingt so, wie mit dem Bäcker können wir nicht weiterarbeiten oder kam das jetzt erst, nachdem ihr euch von Bäcker getrennt habt? Nein, die inhaltliche Einschätzung der Rückrunde sportlich, ich meine, die war ja auch abzulesen, das hat auch Herr Kühne erkannt und auch wiedergegeben, aber die Entscheidung, die wir dann auch getroffen haben, die haben wir dann erstmal aus den Möglichkeiten der Rahmenbedingungen getroffen, die ja nicht mehr so sind wie in den letzten 10, 11 Jahren, sondern der HSV, der muss in ganz anderen Regalen gucken und der HSV muss auch mal endlich in der Realität ankommen, da sind wir noch weit von entfernt. Was nicht heißt, dass wir uns sportliche hohe Ziele stecken müssen, aber wir müssen auch nicht von Weltuntergang reden, wenn man die hochgesteckten sportlichen Ziele nicht erreicht und das ist halt der Aufstieg. Heißt auch für das nächste Jahr, also Ziel ist, wir wollen aufsteigen. Ziel ist unbedingt aufsteigen zu wollen und das muss man auch erkennen, das muss auf dem Platz, da muss die Post abgehen. Aber man muss auch erkennen, es kann auch sein, dass es wieder nicht klappt. Das ist die Realität des HSV, genau. Das ist die Realität, weil wir halt nicht die Möglichkeiten haben, ich weiß nicht, muss man sehen, welche Möglichkeiten hat Stuttgart, hat Hannover, hat Nürnberg wirtschaftlich, was haben wir für Möglichkeiten. Zu Saisonbeginn der letzten Saison war das erschreckend wenig, aber trotzdem haben wir diese Herausforderung ja angenommen und haben uns ja dann in der Saison jetzt auch insgesamt nicht versteckt und haben am Ende, sagen natürlich, ja, aber Paderborn und so, ja, die spielen natürlich auch mit einer ganz anderen Druckbelastung, nämlich mit gar keiner. Also die können mal frei aufspielen und alles, was du machst, ist richtig. Man hat das gesehen, spätestens in der Relegation, wie schwierig das ist, wenn du der vermeintliche Favorit die ganze Zeit bist und Union, die jetzt ja auch keine überragende Saison gespielt haben, aber für ihre Verhältnisse das maximalste rausgeholt haben mit viel Leidenschaft. Da musst du doch jetzt eigentlich drüber einfach sagen, diesen aus dem Kopf kriegen, wir sind der große HSV, sondern eigentlich musst du in den Kopf hören, wir sind ein Zweitliga-Club. Wir sind aktuell ein Zweitliga-Club, der die Ambition hat, so schnell es geht, aufsteigen zu wollen, das muss auch das unbedingte Ziel sein, aber das muss man sich auch erarbeiten. Du kannst nicht acht Jahre um Abschied betteln und dann erwarten, dann machen wir mal ein Jahr einen Ausrutscher und dann steigen wir mal eben wieder auf. Das ist das und das ist zumindest bei den Fans schon voll angekommen, bei einem Großteil der Fans. Da ist keiner, man hat die Stimmung im letzten Spieltag gesehen, wir müssen uns Dinge wieder ganz, ganz brutal und ehrlich erarbeiten und das Gute ist auch, dass wir im letzten Jahr und in diesem Jahr auch nichts geschenkt bekommen. Wir bekommen nicht irgendwoher 30 Millionen und können dann wieder machen so ein bisschen und gucken und wenn es gut geht, dann haben wir alles super gemacht. Wir müssen uns Dinge erarbeiten und nur so fängt es an ehrlich zu werden. Man muss sich so einen Aufstieg ehrlich erarbeiten, man muss sich so eine Mannschafts-Hierarchie, so eine Struktur, neue Ausrichtung, viele Dinge erarbeiten und da kann es halt auch passieren, dass auf dem Weg immer mal wieder Personalentscheidungen getroffen werden, wenn wir das Gefühl haben, dass das für den Verein der nächste Schritt sein kann und das ist für mich auch nachvollziehbar und diesen Kurs darf man nicht verlassen. nicht, dass das immer nur die sagen, es läuft nicht, jetzt liegt es an dem oder dem. Man muss ja immer gucken, wenn man es analysiert, wie denkt man wieder, dass man da hinkommt, dass man eben nicht so eine Rückrunde spielt. Du musst ja auch ein gutes Gefühl in die neue Saison gehen und wenn du das siehst, die Rückrunde und die Hinrunde, diesen krassen Abfall, dann musst du gewarnt sein und in die neue Saison musst du von Anfang an da sein, um auch gleich zu zeigen, dass wir die richtigen Antworten auf den Platz eben geben können. Personalentscheidung ist ein guter Stichwort. Kühne hat auch gesagt, der Aufsichtsrat muss noch, ich zitiere, von kompetenten und entscheidungsfreudigen Persönlichkeiten stärker geprägt sein. Sind die Persönlichkeiten, die da drin sind, noch nicht kompetent und entscheidungsfreudig genug? Also, ist ja immer eine Vision. Also, was Herr Kühne sagt und meint, ist ja klar. entscheidungsfreudig, glaube ich, ist der aktuelle Aufsichtsrat sehr, auch wenn man sich auch nicht unbedingt beliebt macht. Ich glaube, es ist auch bis jetzt der intakteste Aufsichtsrat der letzten vielleicht acht oder zehn Jahre, die der HSV hier hatte. Es dringt wenig nach draußen zumindest. Ja, das war früher immer das größte Problem und auch der Aufsichtsrat ist sich auch nicht so schade. Im Gegenteil, sucht auch den Kontakt eben zu den ganzen anderen Schnittstellen, also zum Präsidium, zum Beirat, zum Aufsichtsrat. Da sind Leute am Werk, die wirklich den HSV im Herzen tragen und nicht als erstes eine Information nach außen preisgeben wollen, sondern wissen, dass wir in einer ganz, ganz, ganz schwierigen Situation sind und die gehen wir gemeinsam an. Ich glaube nicht, dass es schon mal so einen Aufsichtsrat gegeben hat, der so intakt war und wo man mal das Gefühl hatte, dass es waren ja dann eher zum Glück mal bei anderen Vereinen, wo es dann immer wieder Unruhen gab, nicht bei uns. Bei uns gab es Unruhen sportlich gesehen, ja, die gab es, klar, weil klar, wenn du die Rückrunde siehst, glaube ich auch verständlich, aber ansonsten eben nicht und auch ich habe damals gesagt, als ich im Januar dann von den Mitgliedern gewählt worden bin, dass man immer gucken muss, dass man auch den Aufsichtsrat auch von der Sportkompetenz nicht nur mit einer Person, sondern mindestens mit zwei oder drei Personen besetzt. Das heißt, die kommen jetzt, also die eine Person bist du und dann müssen eigentlich noch ein, zwei dazukommen. Dass das prinzipiell meine Vision ist, habe ich schon gesagt, aber auch da, es gilt wie mit anderen, nur alibimäßig schnell irgendwas zu machen, damit man was gemacht hat nach außen, das bringt nichts, sondern es muss passen, es müssen Menschen sein, die sich auch in dieser neuen Ära, in diesem, sagen wir mal, Sport oder Fußball der Gegenwart und auch der Zukunft eben auch irgendwie noch zu Hause fühlen. Und die eine Bindung zum HSV haben. Die eine Bindung zum HSV haben. Ist wichtig? Genau. Die ist sehr wichtig, es muss eine aufrichtige Bindung zur Stadt und zum Verein vor allen Dingen sein, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir müssen auch endlich mal uns von der Vergangenheit auch ein bisschen lösen, weil... Das heißt also, der Schritt, wir nehmen die Helden von 83, wäre für dich nicht der richtige Schritt? Die einzubinden und die als ganz wichtige Meinungsträger und auch im Austausch für Menschen, die den HSV zu der Marke gemacht haben, das ist ganz, ganz wichtig, überhaupt nicht außen vor lassen, aber es muss auch aufhören, dass wir, wir können halt nicht mehr über das 4-4 gegen Juventus Turin reden, das ist sowieso beeindruckend, dass ein Verein viel über ein 4-4 redet, wo man vier Gegentore kriegt und nicht gewinnt, anstatt über zwei Jahre Halbfinals in der UEFA und Euroleague, die ja dann noch schlecht gemacht wurden, also das ist auch eine Kunst, da weiß ich nicht, ob es die Medien sind, aber das ist ja eine Kunst, dass wenn ein Verein, wenn man guckt, wir sind zwei Jahre hintereinander nach der Champions League in den größten internationalen Wettbewerb ins Halbfinale bekommen und trotzdem war alles scheiße. Das kann nur der HSV. Ja, und das war wahrscheinlich schon, man muss sagen, da habe ich mich schon damals gegen gewehrt. Diese legendären Werder-Wochen waren wahrscheinlich der Anfang von dem, was wir jetzt erleben, oder? Dieses Gefühl, das war eine furchtbare Saison. Ja, aber weil es einfach eine ganz schlechte Haltung, eine ganz schlechte Vision, nicht nur im Verein, sondern auch drumherum, auch in den Medien. Heute, wie viel schlauer sind wir? Nach unseren beiden Halbfinals, außer Eintracht Frankfurt jetzt als Ausnahme, welcher Verein hat den Verein im internationalen Geschäft so vertreten wie der HSV damals, mit zweimal Halbfinale, in zwei Jahren, mit einem Kader, der ja ordentlich war, aber alles andere als top besetzt war. Und das ist das, wofür ich kämpfen werde, wenn wir irgendwann wieder, jetzt haben wir eine große Herausforderung, es ist ein unglaublicher, aufreibender Kampf, wieder dahin zu kommen, wo wir aber hinkommen wollen, nämlich in die Bundesliga. Aber wenn das irgendwann mal wieder passieren sollte, ist die größte Aufgabe, ambitioniert, ehrgeizig zu bleiben, trotzdem dabei, hanseatig zu bleiben und dabei Dinge, die auch gut gelaufen sind, nicht einfach auch noch schlecht zu reden. Das muss aufhören. Und wir haben auch noch ein paar andere Themen, an die wir arbeiten müssen, die außerhalb von Trainerentscheidungen oder Spielerentscheidungen sind, wo man auch drüber nachdenken muss. Ein Thema ist die Struktur des Vereins. Ist die Struktur des Vereins, also des Vereins, Quatsch, der Profi-Erteinigung, als AG die richtige Struktur? Das weiß ich nicht. Was ich mal gesagt habe und auch bei euch ja auch gesagt habe, ist, man muss alles irgendwann mal hinterfragen. Im Sinne des HSV, im Sinne der Fans und das Herzzentrum sind unsere Mitglieder und unsere Fans. Und unsere Fans, die Champions League sind, muss alles drumherum aufgebaut werden. Und nicht andersrum. Und deshalb, wenn irgendwann mittelfristig mal was ansteht, um zu gucken, weil man eben unsere Werte des HSV schützen will, unsere Tradition schützen will, die Handlungsspielraum erweitern will, ohne dabei Angst zu haben vor einem 50 plus 1 oder, oder, oder. Dann muss man irgendwann, nicht jetzt haben wir keine Zeit für, jetzt müssen wir uns ums Tagesgeschäft kümmern und hoffen, dass wir gut in die Zweitligasaison starten. Aber mittelfristig muss man über alles mal nachdenken. Aber mit den Fans gemeinsam und nicht in irgendwelchen Lagern und mit irgendwelchen großen Versprechungen, sondern einfach mit Fakten, mit Inhalten, die man kreiert und wo man guckt, ist diese jetzige Rechtsform die richtige, hat sie Vorteile, birgt sie vielleicht viele Gefahren und Ängste für die Zukunft. Denn viele, es kann ja nicht immer nur die letzte Lösung sein zu sagen, gut, dann haben wir jetzt 24-9 und irgendwann, weil es nicht läuft, wollen dann doch alle Mitglieder auf einmal das kippt und das war dann komplett, nur Kohle in den Verein schütten. Das hat ja in der Vergangenheit auch nicht geklappt. Wir hatten viel Geld. Wir waren immer unter den Top 5, 6 der Bundesliga und abgeschnitten haben wir immer irgendwo Abschiedskampf. Am Geld kann es auch nicht liegen, genau. Ja eben, deshalb müssen wir einfach mal anfangen, ehrlich zu bleiben. Und wir haben den Aufstieg in die erste Liga einfach nicht verdient. Punkt. Haben geguckt, woran könnte es liegen, woran hat es vielleicht gelegen und womit können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einmal natürlich so eine Mannschaft, wieder neue Leben einzuhauen, auch von neuen Persönlichkeiten, neuen Spielern, für die das was Großes ist, beim HSV zu spielen und mit dem HSV den nächsten Schritt zu machen und dann uns ehrlich wieder was zu erarbeiten und nicht nur drauf zu hoffen, dass irgendwo was vom Himmel fällt und dann wird es besser. Denn es hat die letzten Jahre gezeigt, dass das nicht der Fall ist und dass wir halt jetzt mit den Rahmenmöglichkeiten und mit dem Realismus eben starten müssen. Dass wir sagen, unser Ziel ist der Aufstieg. Absolutes Ziel muss der Aufstieg sein, das sportliche Ziel. Aber es ist kein, wir müssen aufsteigen, sonst ist alles kaputt im Verein. Nein, der ist überhaupt nichts kaputt im Verein. Wäre kaputt gewesen, wenn wir die Vergangenheit mit Herrn Kühne nicht sehr gut geregelt hätten. Auch da muss man einen Hut vorziehen, dass Herr Kühne den Weg mitgegangen ist. Aber auch das ist trotzdem vereinsseitig geregelt worden mit einer tollen Arbeit im Aufsichtsrat, mit dem Präsidium und auch mit dem Vorstand und auch mit dem Beirat. Auch die Anleihe, die wir ja nicht gemacht haben, weil wir uns so Langeweile hatten, sondern die mussten wir machen als Gegenlösung für etwas, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Ja, und diese Dinge wurden angenommen und auch jetzt wieder, wenn ich sehe, was unsere Fans im letzten Spiel, wo eigentlich ja sagen, alle Angst hatten, was passiert denn da, wie ist die Stimmung, die kommen alle nicht. Doch, die kommen. Denn eins ist beim HSV anders geworden. Die HSVer sind HSVer, weil sie HSVer sind. In guten wie in schlechten Zeiten. Und die schlechten Zeiten dauern schon insgesamt lange an. Nur jetzt reden wir von einem hochgesteckten sportlichen Ziel, was wir nicht erreicht haben, wo wir sehr, sehr enttäuscht drüber sind, wo wir sehr, sehr hart gegen vorgegangen sind in der Analyse und auch in den Entscheidungen. Punkt. Aber, warum ich HSVer geworden bin vor jetzt knapp über zwölf Jahren, ist genau aufgrund unserer Fans und aufgrund dieser authentischen Liebe, den Verein zu lieben und nicht, weil es gerade gut oder schlecht läuft und auch dem Verein die Chance geben, wieder zu gesünden. Ein Organismus, der so krank war, acht Jahre oder neun Jahre. Wie soll das in elf Monaten gehen? Nein, das ist, wenn, dann ist so eine, wie nennt man das, Wunderheilung, die sind aber immer fake, denn die brechen dir hinten rum komplett wieder weg und das ist deshalb vielleicht die Chance. Die Wunderheilung wäre der Aufstieg gewesen. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, Aufstieg und dann wäre der HSV, das ist ja wieder runter und dann wäre er wahrscheinlich erledigt gewesen. Das weiß man nicht, aber auch diese Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht gering. Das müssen wir nicht von reden, weil dann würde man davon abdenken, dass wir eine schlechte Rückrunde gespielt haben und unser gestecktes Ziel nicht erreicht haben, was vor allen Dingen mit dem Tabellenplatz 17 einfach schrecklich ist. Der Rückrunde. Und das wollen wir deshalb, erwähne ich das nicht zu oft. Wäre die Hinrunde so gelaufen wie die Rückrunde, wäre der HSV eine akute Abstiegsnotgebung. Genau. Und da sieht man, wie eng immer alles beieinander liegt, wenn man halt gewisse Situationen, Krisen nicht bewältigen kann, nicht analysieren kann oder versucht Antworten zu finden und dass die nicht immer richtig sind und dass da auch alle mal daneben liegen, sowohl ein Vorstand, sowohl ein Aufsichtsrat, ist doch menschlich. Aber man liegt jetzt daneben, weil man schon wenig Möglichkeiten hat. Früher lag man daneben jahrelang und hat mit der Schubkarre das Geld aus dem Stadion geschafft. Das ist eine ganz andere Situation als in der Realität, wo wir heute sind. Und das vergessen immer alle, die über den HSV reden, die ihn kritisieren, die immer sagen, wie alles zu laufen hat. Aber dann guckt auch mal, welche Möglichkeiten hat der HSV. Denn dass sich erfahrene Trainer, die in der Bundesliga erfolgreich arbeiten, überhaupt mit dem HSV beschäftigen, das sollten wir doch mal eher dankbar sein, als darüber zu entscheiden, auch schon ein Wunder, genau. Als darüber wieder zu diskutieren, ob das dann so richtig ist und ob das dann wieder, und es ist wieder alles negativ. Warum ist das nicht auch mal eine Auszeichnung, dass ein Verein, der auf eine sehr, sehr schwache Art und Weise den Aufstieg verpasst hat, trotzdem noch interessant ist für Menschen, die sagen, den HSV... Bleibt der HSV so interessant für all diese Menschen, wenn es jetzt noch ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Liga? Also für unsere Fans auf jeden Fall. Für die Fans, ja. Für mich gibt es keine Liga. Für mich gibt es den HSV und trotzdem ist mein Ziel, ich bin sehr ehrgeizig, das hat man gesehen, wir sind auch von der Landessliga in die Oberliga aufgestiegen, aber auch da... Tickt Kühne eigentlich genauso? Dir wird ja nachgesagt, dass du derjenige bist, der den besten Draht zu ihm hat. Tickt Kühne genauso? Also gibt es für Kühne eigentlich den... Ist er tatsächlich auch tief in seinem Herzen so ein HSV-Fan, dass er immer an der Seite des HSV sein wird, egal wie es läuft? Ich glaube schon, er hat es ja auch bewiesen. Er hätte das, was er gemacht hat, nicht machen müssen. Ich sage auch nicht, dass ich immer alles richtig entschieden habe, richtig entscheiden werde, der Aufsichtsrat oder der Vorstand und ich glaube auch, Herr Kühne wird das von sich nicht behaupten. Aber eins können wir sagen, dass wir alles dafür tun, den Verein existenziell stabil zu halten und die Möglichkeit erhöhen wollen, wieder erfolgreich zu werden. Und das ist so und da ist der Herr Kühne im Herzen ein HSVer, sonst würde er nicht so ununterbrochen angespannt und Sorgen in sich tragen, die er dann auch loswerden will. Weil er hat ja nichts davon, von seinem Engagement hat er gar nichts. Also es hilft ihm für seine... Die meisten HSV-Fans werden gar nicht wissen, was Kühne eigentlich beruflich macht und Kühne und Nagel steht ja auch nirgendwo drauf und das Volksparkstadion heißt halt Volksparkstadion. Ja, Herr Kühne ist ein HSVer, aber auch da konnten wir hinter der gemeinsamen Dealsstruktur für die Vergangenheit eine super Lösung finden, aber in den letzten elf Monaten gab es keine Hilfe. Anderweitig für das Tagesgeschäft gab es keine Hilfe. Die Hilfe gibt es aber jetzt vielleicht im zweiten Schritt, weil Herr Kühne den Weg mitgegangen ist und gesagt hat, ich habe da ein gutes Gespür, dass da auch Dinge passieren im Verein, dass es wieder aufwärts geht und auch das wird nicht einfach, denn die anderen Vereine schlafen auch nicht und das schon seit Jahren, wo sie kontinuierlich einen guten Job machen. Und wir kommen halt aus einer Situation, genauso wie vielleicht jetzt auch die Absteiger, wo man alles, jeden Stein umdrehen muss, drauf gucken muss, was drauf steht, aber ihn nicht wieder an die gleiche Stelle legen kann. Das wurde oft genug gemacht. Genau, dass man jeden Stein umdreht, das wurde schon oft genug gesagt und man hat das Gefühl, es ist alles umgedreht worden, aber eins stimmt natürlich, was in Wahrheit nie richtig radikal angegangen wurde, war der Umbau der Mannschaft. Genau, ging ja auch nicht. Ging nicht, genau. Ja, ist richtig. Und das ist auch ein Thema und das kann ich jetzt auch nicht nur einem Hannes Wolff oder einem Becker. Kann man eigentlich gar keinem Trainer vorwerfen, oder? Kann man, kann man... Fast gar keinem Trainer, der da war, kann man vorwerfen, dass er, er hat ja nie die Mannschaft gehabt... Nein, jeder Trainer, jeder Trainer, der erstmal da war, der wurde immer fair und gut bezahlt vom HSV und hatte natürlich die größte Entscheidungsmacht und den kürzesten Weg, eine Mannschaft zu erreichen und mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben. Denn den Vertrag, den er unterschrieben hat, hat er nicht mit einer Bedrohung unterschrieben. Ja, das stimmt. Also von daher sehe ich das ein bisschen anders. Die Trainer haben es oft nicht einfach und das ist auch nicht leicht, aber immer... Ich hätte mich ja auch hinstellen können als aktiver Spieler und sagen können, na, ich bin übrigens kein Nationalspieler, weil der HSV, da ist ja nur Unruhe. Der Aufsichtsrat quatscht ja mit jedem. Jetzt habe ich ja schon wieder einen neuen Trainer. Ach ja, in drei Wochen ist ja wieder ein neuer Sportdirektor. Ich, Marcel Jansen, kann meine Leistung nicht bringen. Ja, der Fakt sah anders aus. Ich habe geguckt, okay, was mache ich eigentlich gut? Was mache ich eigentlich richtig schlecht? Und brauche ich dafür andere Leute, um meine eigene Leistung zu bringen? Nein, brauche ich nicht. Und deshalb war ich dann noch ein langer Teil. Aber das sind genau die Spieler, die dem HSV fehlten, oder? Ja, aber die fallen nicht vom Himmel und die muss man suchen, die muss man jetzt in einem anderen Regal suchen. Und man muss auch vielleicht so ein bisschen so ein Umfeld schaffen. Man muss ein Umfeld schaffen, man muss die in einem anderen Regal suchen, weil wir da sind, wo wir sind. Das heißt, wir müssen gucken, wenn es gut läuft, kriegen wir Spieler, die gute Zweitligaspieler sind und das auch schon bewiesen haben. Oder junge Spieler mit Talent. Genau, die man dann aber auch nur noch bezahlt wie gute Zweitligaspieler. Genau. Es gab ja immer noch dieses, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn du zum HSV kommst, kriegst du immer noch so einen HSV-Aufschlag. Das war früher so. Also die Zeiten sind schon lange vorbei. Also spätestens seit zwölf Monaten, wo wir gemeinsam im Aufsichtsrat Dinge unterschreiben, ja. Letzte Frage. Du bist total engagiert. Dabei bist du ja eigentlich nur Präsident des e.V. Hast gesagt, ich mache das ehrenamtlich. Ich habe große Freude daran. Dabei bleibt es, obwohl du ja offensichtlich da jetzt deutlich mehr Zeit reinsteckst in den HSV, als du es dir vielleicht vor, wann bist du gewählt worden? Vor einem guten Jahr? Im Januar. Januar, natürlich, wow. Die Zeit so schnell ist. Im Januar, es ist der Januar, Wahnsinn. Ja, es ist noch gar nicht so lange. Es kommt einem vor wie ein Jahr, zwei Jahre, dir wahrscheinlich auch. Gefühlt ja, aber das war auch in den sieben Jahren als Spieler so. Das kam eher vor wie 14 Jahre. Ja. Von den Extremen, denen man da ausgesetzt war. Und nochmal. Aber operativ jetzt reinzugehen, das bleibt nach wie vor, ist für dich nichts. Nein, das möchte ich hier auch nochmal ganz betonen. Also meine Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber dem Ehrenamt, die ist ungebrochen. Ich fühle mich genau dort an dieser Schnittstelle. Und nochmal, ich bin im Aufsichtsrat, um zu sportlichen Themen, mich abends zu äußern, um eine Meinung auch in diesem Gremium Aufsichtsrat zu bilden. Da auch Tag und Nacht erreichbar und auch gerne als Schnittstelle, um eben das, was wirklich im Moment richtig gut läuft, dass verschiedenste Gremien und Schnittstellen, die wichtig sind für den Verein, die früher immer als großes Problem des HSV gegelten haben, der Aufsichtsrat, der Beirat, das Präsidium, die Supporters, es war ja immer diese Struktur, die so aufgebläht war. Nein, wenn es allen nur um den HSV geht und ich kriege dafür kein Geld und will dafür auch kein Geld haben und meine Amtszeit geht mindestens noch zweieinhalb Jahre und ich habe keine andere Agenda, als mein Ehrenamt als Präsident zu machen, denn davor wurde ich von Mitgliedern gewählt und das weiß ich sehr zu schätzen, dafür bin ich sehr dankbar und dieses Vertrauen in dieses Amt, in dieses Ehrenamt, das glaube ich, ist genau das und das haben wir auf anderen Positionen ja auch, meine Präsidiumskollegen, der Aufsichtsrat-Vorsitzende und auch die anderen Kollegen im Aufsichtsrat, die machen es alle ehrenamtlich und investieren unglaublich viel Zeit für den HSV. Kannst du sagen, wie viel Zeit ist das für dich in so einer Woche? Ich weiß das nicht mehr, weil jeden Tag ist bei mir HSV-Thema und dann gibt es wieder Schlauberer, die sagen, ja, aber der Mehrwert ist ja da irgendwo, nee, der Mehrwert ist nicht da, die meisten Leute sind alle komplett unabhängig. Ja, und den Mehrwert sehe ich unbedingt nicht. Ihr kriegt ja auch irgendwie im Zweifel ganz schön Und vor allem beim Abstieg sich hinzustellen, sich gerade zu machen, eine paar Kassenfahrt mitzumachen, obwohl man gerade weiß, in ein paar Stunden fängt das unnötigste Spiel der Saison an, nämlich das letzte Spiel, wo es um nichts geht, ist genau das, was sein muss. Wir können uns nicht verstecken, keiner darf sich verstecken. Wir sind alle angetreten, die im Ehrenamt, sind alle angetreten, um den Vereinen in der schwierigsten Stunde zu helfen, wo es von außen keine Geldgeschenke gibt, wo es nicht irgendwo Geld herregnet, sondern es geht nur mit ehrlicher Arbeit und das ist genau meine Art, sich nicht zu verstecken, auch dann da zu sein, auch mal zum Interview zu kommen oder in ein Fantalk zu gehen oder, 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 weil ich in den Spiegel gucken kann, genauso wie meine Kollegen. Wir versuchen alles, um den Verein wieder hinzubekommen und ich habe für die nächsten zweieinhalb Jahre keine andere Agenda als eine Dankbarkeit, Präsident des immer noch tollen Vereins zu sein. Und warum mache ich das? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Fans seit über acht Jahren und ihr ganzes Leben schon machen. Dagegen sind zweieinhalb Jahre gar nichts. Ein wunderbares Schlusswort. Magst du eine Prognose machen nächstes Jahr? Wo landet der HSV? Was ist, also, weit von bis, was ist drin? Also, nochmal, das Ziel und die Vision muss sein und auch das sportliche Ziel, dass wir da oben uns festbeißen, reinbeißen und einfach dann aber auch, ich würde mal sagen, besseren, eher schräglich auch mal effektiveren Fußballer Fußball spielen, dass du auch mal ein Spiel oder mehrere Spiele wo du sagst, das war heute mal ein richtig hochverdienter Sieg. Genau. Das ist das nächste Level und wenn wir da reinkommen, glaube ich, kann auch eine Dynamik sich entstehen und unser Ziel muss natürlich sein, mit unseren Möglichkeiten oben in der zweiten Liga mitzuspielen und unser Ziel, so schnell es geht, in die Bundesliga zu erreichen, was eine große Herausforderung ist, aber der wir uns gerne stellen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast